So, und da bin ich auch direkt wieder zur nächsten Folge. Gestern habe ich ja schon so ein bisschen angefangen, hier das Lager zu sortieren. Das wird auch nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen. So viel kann ich euch schon verraten. Ja, äh, so, weil ich bin gleich durch hier. Das ist die letzte Kiste, die ich sortieren muss, und dann habe ich zumindest so ein bisschen Grund drin. So. Äh, kann ich das auch noch dazu stellen? Ne, da packe ich einfach die Rüstung drauf und den Helm, so. Ich habe mir ein bisschen Platz gespart. Zack, du kannst weg. Painting. Kann ich gleich mal aufhängen. So, zwölf Dias habe ich ja sogar. Krass, ey. Ne, du kommst mit. Ihr könnt nämlich alle hier rein. Boah, wie viel zu essen ich eigentlich habe? Ich nehme ja nie was mit, deshalb habe ich so viel. Äh, so, Poison Essence. Flint, das passt alles nicht so hier rein. Das kann auch hier hin. Aber die Emeralds, die gehören auch nicht hier rein. So, du schon. Äh, das kann hier rein. Das kann, ne, da habe ich gerade draufgeklickt. Das kann da rein. Die Barren nehme ich mal raus. So. Obwohl, ich lasse sie einfach auch hier erstmal. So, Tools haben wir noch hier. Du kannst weg. Du, du, was ist das denn für ein Bogen? Infinity 1, Power 1. Ah, ich nehme erstmal Power 1 mit. Oder ne, Infinity ist geil. Aber da habe ich natürlich unendlich Pfeile, ne? So. Äh, jetzt habe ich auch gar nicht mehr so viel zu verteilen hier. Ja, das noch. Ihr müsst weg. Du kannst hier mit bei. Hm. Ne, das kommt vorne zum Crafting lieber. Was kann ich denn hier noch cooles draus machen? In dem Mod aus Leder. Mein Gott, Cross of Mercury. Damn, that thing's heavy. That, my friend, is because it's so full of mercy. Ja, genau. Vyat Satchel. Currently holds nothing. Hm. Was haben wir noch? Knapsack. Knapsack to hold your things. Iron Shield. Stone Shield. Skull Shield. Das könnte ich mir immer machen. Wäre doch geil, oder? Skull Shield. Guck mal, ich habe ja Knochen, hatte ich... Ey. Habe ich jetzt nicht genug Knochen. Das wäre jetzt so kacke. Okay, äh, gucken wir mal mal. Ja. Skull Shield. So, fünf Knochen brauche ich. Vier habe ich. Super Voraussetzung. Ätzend, ey. Hatte ich echt nur vier Stück? Ich könnte eigentlich jetzt rausgehen und schnell einen schlachten, ne? Hier ist doch bestimmt irgendwo so ein Penner. So. Und mein Meteor Shield ist noch gar nicht aktiv, weil ich habe leider kein Dingens, äh, kein Gem gefunden bisher. Ja. So. Boah, ey. Diese Bäume hier sind entnervig, alter. Vier. Hier muss doch... Hier ist doch irgendwo ein Skelett wohl gewesen, gerade. Das hier einer... Hier muss doch einer einen Knochen... Ich glaube, mir jetzt einen Knochen hier vorne an den Kisten in der Mitte, ey. So. Mach ich jetzt einfach... Da kennt ja der Typ nix, ja? Hier, guck mal. Da haben sie nämlich die Toolstation. Und hier kann ich auch das zusammenstecken. Ich brauche ein Binding, ein Rod und das Dingen. Komisch, ey. So. Ich brauche einen Knochen. Gebt mir einen Knochen. Na, kommt schon. Einen Knochen brauche ich doch nur. Bei den blöden Knochen wird keiner was sagen. So. Einen Knochen. Habe ich euch geklaut? Sorry. Okay. Dann rasten wir mal wieder ins Haus zurück. Hupp. Äh, 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 äh. Was wollte ich jetzt tun? Genau. Ich wollte das Skull Shield machen. So. Ein Leder in der Mitte. Ein Skelettschädel. Und schon habe ich das Skull Shield. Wie kann ich das denn jetzt anlegen hier? Seht ihr das Schild? Sieht so aus, ne? Was macht das jetzt? Wieso hat der das nicht draußen? Oder muss ich das, muss ich das zücken dann? Okay. So ist das Schild dann. Krass. Und dann geht er auf das Diamond Sword immer. Okay. Ja gut. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen wahrscheinlich. Aber werde ich schon machen, wa? So. Das kommt wieder alles hier rein. Der Scheiß. Du kannst mal ganz getrost hier reingehen. Ich nehme das Dias Schwert erstmal. Und jetzt hänge ich mir erstmal ein Bild hier hin. So. Von so einem Pillemann, der in der Fresse hängen hat. Eine Fackel. Einen Fackel. Oh, Kopfhörer hat der. Äh. So. Als nächstes werde ich mir hier ein paar Stairs machen, um mal das Dach auszubauen. Weil das kann ja nicht so bleiben hier. Das regnet rein. Zuck. So. Mehr geht nicht. 28. Toll, ey. Das ist ja Töfte. Hör mal. Damit kannst du noch keinen Blumentopf gewinnen hier bei so einem Riesendach. Also, ne. Das verschiebe ich auf nächstes Mal. Werd jetzt noch ein bisschen Holz, äh. Holz, äh, abbauen gehen. Ich brauche noch Eichen, weil hiermit kann ich nichts anfangen. Das ist kacke. So. Also. Ne. Ist scheiße halt. So. Jetzt habe ich ein bisschen Holz. Ne. Habe ich mal eben. War ich kurz weg. War ein Schnitt. Und dann bin ich wieder hier. Äh. So. Jetzt kann ich auf jeden Fall massig Treppen bauen. Ja. So. Zack. Bäm. Das muss reichen. Äh. Dann nehme ich die mal wieder raus. Die ich hier gerade gemacht habe. Ne. Guck mal. Hier gehe ich hin. Und dann klicke ich da mit links drauf. Und Shift. Und dann nimmt er die. Geil, ne. So. Aber vorher mache ich erstmal noch ein paar Scheiben hier ready für das Haus. Weil das kann ja nicht so angehen hier, ne. So. Verteilen wir mal möglichst gleichmäßig hier in dem Raster. So. 8 mal 16. So. Machen wir erstmal alles zu. Weil irgendwie fühle ich mich hier ohne Scheiben so. Weiß ich nicht. Als ob jeden Moment so ein Werwolf reinkommen würde. Wie bei meinem Let's Play da mit dem Kapuzenwurm mit dem Pitter von Survivors. Beta 1.0. Ja. Wo übrigens heute auch, ähm, die Beta 3.0 kommt. Weil wir hatten nämlich eine falsche Version. Habt ihr ja mitbekommen. Wahrscheinlich in der Aufnahme. War ja sehr lustig. Weil der Kapuzenwurm es gar nicht gecheckt hat. Und, äh, ich ihn ja vorher fünfmal gefragt hab. Aber, naja. Da, da machst du nix. So. Boah. Dann werden wir jetzt mal kurz hier. Ich hab jetzt nur das, um mich hochzubauen. Werden wir uns mal kurz hier jetzt das Dach gönnen. Ja. Ne. So. Ja, nach unten ist schöner. Die muss ich jetzt hier leider alle setzen. Das ist super langweilig. Ich weiß. Zack, zack. Und man sieht so, wie der Balken an einem vorbei rast. Quasi. Also, wenn du das in echt machst, so schnell ein Dach bauen wie der hier. Dann bist du. Boah, ey. Da kannst du dich irgendwo anmelden und was gewinnen. Wenn du so schnell ein Dach baust wie der Spacko hier, ey. Ich hasse halt, wenn du dann immer die Treppen rauf und runter geht. So. Ich will natürlich einen Überstand haben. Wie das bei einem Dach so ist, ne. Warum geht das jetzt nicht? Das ist ja scheiße. So. Geht doch. Wie der bei so einem Dach ja meistens so ist, ne. So ein kleiner Überstand, damit nicht alles nass wird. So. Okay. Hier kommt ja sowieso eine Wand hin. Weil da soll ja zu sein, ne. Man soll ja nicht da irgendwie so eine halb offene Bude hier. Und jetzt habe ich keine Dingens mit. Keine Axt. Toll. Ich will jetzt aber auch nicht runter gehen. Aber guck mal. Bin nicht blöd. Ich baue mich draußen nur und kann hier runter gehen. Ich habe es manchmal nicht so mit. So Sachen, die ich gerade erst gemacht habe. Oder was ich schon gemacht habe. Und weiß es schon gar nicht mehr. So wie das hier. Habe ich ganz vergessen. Da hätten ja die ganze Zeit Monster auf mich einfallen können. Weil die auf dem Dach rumlungern. Heroinsüchtige Dreckszombies und so. Und das geht auch so nicht. Und deshalb muss ich hier mal in eine Pötte kommen. Aber wenn ich das so mache. Und wieder jeden dritten Stein falsch platziere. Dann wird das heute nichts mehr. Alter. Ich darf es auch nicht sagen. Ich darf gar nicht drüber nachdenken am besten. Ma, ey. Jetzt ist es wieder so. Das ist so nervig, ne. Und jetzt falle ich auch noch runter. Bin ich unfähig. Ich bin unwürdig. Aber ich brauche gleich noch Eichenstämme. Weil ich will nämlich natürlich hier oben dieses Ständerwerk so ein bisschen erhöhen. Ne. Ich werde ja nicht hier so scheiße lassen. So. Ähm. Das muss aber noch länger gleich ein. Weil ich würde gerne hier so das Dach natürlich auch noch mitnehmen. Deshalb mache ich jetzt hier schon mal ein paar hin. So. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Mach ich von hier. Das sieht aber scheiße aus von vorne, ne. Ah, ne geht. Ist okay. Ist okay. So. Ähm. Machen wir mal hier auf der Seite auch mal ein Dach. Dann kann ich gleich da oben drauf bauen. Aber ein bisschen mehr. Ach. Ach komm. Hättest du noch fangen können, die blöde Treppe. So ein Opfer, der Typ, ey. Boah. Aber ich bin auch so ein Opfer. Ich baue immer daneben. Und dann sage ich immer, der war da. Weißt du. Ma, jetzt mach doch. Ach. Alter. Geht mir das auf den Sack hier. Dieses scheiß Gebaue von Dächern im Nachhinein, ne. Alter. Jetzt reicht's aber. Wieso? Wieso macht der den jetzt nicht? Weil ich noch in dem Block drin stehe, oder was? So. Ich kloppe die Blöcke gleich von unten weg. Und jetzt mach ich das einfach so. So. Ey, ich hasse das, so Stufen zu platzieren in diesem Spiel. Warum kann man die nicht einfach anklicken und drehen? Wäre das nicht toll? Wenn man die einfach anklicken und drehen könnte. Aber das wird nicht passieren, Freunde. Das machen wir nicht. Haben die gesagt bei Mojang. Und dann machen wir das auch nicht. So. Äh. Nein, haben die natürlich nicht gesagt. Weiß ich jetzt nicht. Äh. So. Komm. Mach. Alter. Setz jetzt den. Das ist so nervig. Es ist so nervig. Ich könnte da so ausrüsten, ey. So. Okay. Erste Schicht ready. Das ist toll. Jetzt kann ich nämlich hier im Stehen arbeiten. Dann geht das auch ein bisschen schneller alles. So. Hier hab ich den Überhang vergessen. Jetzt muss ich hier wieder rumspringen und das davor machen. Beginnertes Scheißding. So. 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 Ich mein, diese Lücke werde ich eh nicht brauchen hier. Die kann ich auch genauso gut zubauen. Zu. So. Und hier kann ich das gleiche machen. Habe ich noch mehr Holz? Schade, nur neuen. Dann kann ich nämlich hier wesentlich komfortabler das hier platzieren. Ne. Nicht. Also. Ma. So. Und jetzt muss ich... Alter. Das kann doch nicht sein. Was ist denn los mit mir heute? Ich platziere jede zweite Stufe falsch. So. Da noch eine. Habe ich nicht noch mehr? Das war es schon? Das war es an Treppen? Kann es doch nicht sein. Kann es doch nicht sein. Kann es wohl sein. Krass ey. Ja. Dann renne ich nochmal los und suche mir ein paar Eichen. Und ich glaube ich weiß auch schon wo Eichen sind. Und ich muss nochmal kurz gerade gucken, wie so das Holz bei mir aussieht. Wie sieht das denn aus? So. Ziemlich hell. Die sind das hier. Die müssen jetzt sterben. So. Ah. Ich pflanze auch gleich ein paar neue an. Hacke die jetzt alle weg. Und bis zum nächsten Mal mache ich dann wieder neue Zepplings hier hin. Weil sonst kriegen die ja kein Holz. Die hat haben wollen. Ne. Schade auch. Aber. Der Wald gehört allen. Finde ich. Und da kann ich auch schon mal alles roden. So. Alles weg. Und dazu benutze ich auch meinen Rode NT1. Hahaha. Hahaha. Witz. Komm raus. So. Wer es nicht weiß. Rode NT1 ist ein Mikro. Mikro. So. Mehr oder weniger das Let's Play ein Mikro. Was voll viele haben. Und damit rode ich immer. Damit grabe ich den Garten um. Weil ich habe nämlich das MXL 2006. Bevor sich das manche von euch mal wieder fragen. So. Ich brauche noch mehr. Muss alles weg hier. Ich brauche mehr Holz. Einfach voll brutal viel Holz immer. So. Okay. Ich werde einfach später, wenn ich mehr Platz im Haus brauche, einfach noch mir so eine Brücke zu dem Haus in der Innenstadt rüber bauen. In dieser richtig üppigen Innenstadt hier. Seht ihr ja. So. Da gucke ich immer rein. Immer gerne. So ein Herz ist immer nice. So. Hier wird ja wohl noch ein sexy Wald wieder wachsen. Weil man muss nämlich bei Ausbeutung der Natur in Sachen Holz auf Wiederaufforstung achten. Könnte ich mal durchlesen. Also wenn er was abreißt, dann steckt was Neues hin. So. Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt kann ich endlich hier die richtig geile Dachkonstruktion fertig machen. So. Dich nehme ich auch mal alles. Oh. Reicht das? Habe ich genug Blöcke? So. Mache ich das so? Dann habe ich jetzt Bäm. 4x64. Also 256 Stufen. Und ich hoffe, damit komme ich jetzt hin. Weil sonst bin ich hart angepisst. Und ihr wollt nicht wissen, wie ich angepisst bin. So. Das mauern wir mal noch zu hier. Brauche ja keine Sau. So einen kleinen Raum. Obwohl, da kann ich ja vielleicht noch einzelne Bänke raushacken. Wenn ich da, sage ich mal. Und eine Kiste drunter stellen will, die da nicht aufgeht. Oder halt so was, ne? So Deko. Scheiße. Ähm. Okay. Habe ich jetzt alle Stämme verbraten? Habe ich. Toll. Weil ich brauche für die Konstruktion natürlich auch noch Stämme. Aber das kann ich auch erstmal so weitermachen. So. Jetzt muss ich leider wieder frickeln hier. Jetzt fängt die wieder so an, weißt du. Oh. Ne. Sonst setzt er die gleich wieder krumm. Ma. War ich jetzt hochgegangen wie in die Stufe dabei. Ätzend. So. Okay. Das hätten wir mal. Was ich will das nächste Dach jetzt auch noch haben, ne? So. Obwohl. Moment mal. Hier würde ich eigentlich noch eine Wand reinkloppen auf der Höhe. Ich brauche diese Reihe gar nicht. Deshalb. Weil hier sollen nämlich Fenster ins Dach quasi. Damit ich hier auch irgendwo rausgucken kann. Noch an der Seite. Und dann oben so ein bisschen freundlicher und geräumiger wird. Ma. So. Das nehmen wir erstmal weg hier. Okay. Äh. Wie hatte ich es denn gedacht? Hier müssen dann... Wie viele Fenster können denn überhaupt hier rein? Ich glaube ich mache jetzt erstmal... Obwohl nicht. Ich mache es so. Das Dach lasse ich so. Und dann mache ich die Dachkonstruktion oben. Und hier sind hohe, gerade Wände. Die mache ich jetzt erstmal da rein. So. Nur damit ich mal weiß, wie das ungefähr aussieht später. So. Dann habe ich das hier so. Da kommt in der Mitte ein Stamm rein. Den lasse ich jetzt aber frei. Und Fenster. Okay. Dann würde ich es so machen, dass ich hier anfange. Und hier jeweils so ein Doppelfenster rein mache. So. Mache ich jeweils hier rein. Soll ja auch sexy aussehen. Oh. So. Komm her. Los. Komm. So. Gut. Äh. Die hebe ich auch auf. Und hier mache ich noch Fenster rein. So. Jetzt kommt hier eine höhere Wand von innen. Eigentlich müsste ich die schon austauschen hier. Und nach oben ausbauen. Und die können weg. Weil das sollen ja hier so Nischen sein. So Erker. Nennt man sowas Erker? Ich weiß es nicht. Ne Erker ist was anderes. Äh. So. Oder doch Erker. Erker Fenster. Äh. Das hier noch weg. Und das. Ja sorry. Ich muss ein bisschen mit dem Hausbau vorankommen. Also nehm es mir nicht übel. Ja. Äh. So. Das ist jetzt alles so gebaut. Hier. Mache ich eine Glasfassade rein. Die beiden Dinger. Okay. Okay. Also musst du weg. Du weg. Du weg. Dann kommen hier nämlich noch die. So Blöcke rein. Oha. Blöcke rein. Du musst weg. Und du musst weg. Und du musst weg. Und du musst weg. Habe ich alle ein bisschen falsch platziert hier. Sorry. Weil ich habe das Haus noch nicht so ganz im Kopf. Ich gucke gerade mal. Was sich hier so draus machen lässt. Aus erstmal diesem schäbigen Systembauhaus. Ja. Aber wäre bestimmt noch cool. So. Ähm. Hier machen wir den. Da. Da. Vielleicht mache ich hier später auch noch Cobblestone. Dach drauf. Sorry. Da tausche ich dann aus. Aber vielleicht helfen die anderen mir. Vielleicht sind die so nett und helfen mir. Das wäre total nett von denen. Okay. Ähm. Dann machen wir es nämlich jetzt so. Eigentlich müsste das alles hier auch noch Wand sein. Das ist scheiße so ey. Eigentlich müsste das alles Wand sein. Boah. Nein. Du sollst nicht da hin. Du sollst hier hin. Du blöder Block. Die reiße ich mal eben noch alle ab hier. So. Hier hinten lasse ich das Dach. Und dann wird es nach vorne. Oder? Ich weiß noch nicht so genau. Ne. Ne. Ich sollte das hier schon durchziehen. Dann das hier auch eine Wand noch ist. Eine hohe. Dann sieht das blöd aus am Ende. Ne. Das sieht sonst scheiße aus. So. Hier geht eine Wand hoch. Hallo. Kein Holz mehr? Kein Holz mehr. Ja. Super. Mega prächtig. Äh. Und hier kommt dann quasi noch so ein Dächschen vor. Ja. Dann kann man dazwischen durch die Fenster glotzen. Oder ne. Noch einen höher am besten. Ich glaube das sieht besser aus. So. Dann kommt da das nächste Dach hin. Dann habe ich oben die Etage noch relativ groß. Das ist dann so der Raum hier. Wo kommt da? Ja. Meteorit meiner. Meteorit. Oh. Außer ich sterbe jetzt. Das wäre voll assi. So. Komm. Ich will dich Junge. Ah. Dieser Sound auch. Ja. So geil. So geil. Ah. Correctamente. So. Was kann ich damit nochmal machen? Da kann ich ein Star Star mit machen. Was kann ich daraus machen? Skybeam-Blog. Toll. Bringen wir das? Weiß ich noch nicht. Und das werde ich vielleicht bis zur nächsten Folge wissen. Oder ich frage dann mal einen. Weiß ich noch nicht. Ja. Also. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Lass mir ein Abo da, wenn es gefallen hat. Gebt mir ein Like. Und bis morgen. Tschüss.